Jetzt um ein schönes Fest, um ein traditionelles und deswegen freuen wir uns, dass er da ist. Oliver Igel. Ja, ihr Ernst, Sonnabend um 11 Uhr ist noch schöner als Montag um 19 Uhr, aber anders auf jeden Fall. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 6. Bölsche-Fest. 23 zählt die Firma Laubinger. Wir haben vorhin schon ein bisschen geschärft. Wir könnten ja nächstes Jahr sagen, einfach, es ist das 100. Bölsche-Fest und wir feiern ab jetzt jedes Jahr Jubiläum. Aber das zeigt der 23 Bölsche-Feste, dass dahinter auch eine Qualität steckt, dass dahinter ganz viele Besucher stecken, die gerne kommen, ganz viele Händler. Und vor allen Dingen ein Kulturprogramm, das es in sich hat. Herr Ehrentheit hat das gesagt und das macht einfach auch ein solches Fest aus. Nicht nur Essen und Trinken, sondern auch ein bisschen drumherum, woran man auch ein bisschen Spaß haben kann. Und ich danke Ihnen, dass Sie auch alle gekommen sind, dass Sie also nicht auf den Wetterbericht der letzten Tage gehört haben. Mir war sowieso klar, Friedeshagen besiegt ja alles und jeden und dass Friedeshagen auch die Eisheiligen besiegen kann, das war mir von Anfang an klar. Aber erzählen Sie noch ein bisschen bei Ihren Nachbarn und bei Ihren Bekannten aus Berlin und darüber hinaus, dass dieses Wochenende Bölsche-Fest ist und dass es sich lohnt, hier in dem herrlichen Ambiente nach Friedeshagen zu kommen, das Rathaus zu besuchen, um die ganze Bölsche-Straße entlang zu planieren und einfach die Atmosphäre zu genießen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Bölsche-Fest. Dankeschön. Noch einen kleinen Moment Geduld, noch sind die Gläser leer, denn wir wollen ja auch noch unsere anderen Gäste zu Wort kommen lassen. Tobias, Werbegemeinschaft Friedeshagen, der Hintergrund dieses Bölsche-Fest ist so, es ist ja mal vor 23 Jahren entstanden, die Straße über die Grenzen hinaus auch bekannt zu machen, damit auch die Geschäfte davon was haben, dass auch mal Leute herkommen, die vielleicht sonst hier nicht regelmäßig einkaufen. Und ich glaube, das gelingt jedes Jahr mit, weiß nicht, zwischen 50.000 und 100.000 Besuchern. Du möchtest natürlich auch alle Friedeshagen begrüßen. Schön, dass du da bist. Tobias Appelt. Danke, Micha. Jetzt hast du ja für mich begrüßt, oder? Da bleibt noch hin auf Sex. Willkommen in Friedeshagen. Wir freuen uns natürlich, dass sowohl das Wetter toll ist, als auch, wir freuen uns auch darüber, dass der Herr Igel Zeit gefunden hat, mal zu einem festlichen Anlass hierher zu kommen. Ich freue mich ganz besonders, dass alle es geschafft haben, hierher zu kommen, trotz der aktuellen Verkehrssituation, über die wir morgen mit Herrn Igel ausführlich reden werden. Das verspreche ich Ihnen hier an dieser Stelle. Morgen, 12 Uhr, der Polit-Talk. Wir werden die Politiker zu den aktuellen Themen grillen. Wir haben, wie immer, ein umfangreiches Programm. Viel regionales. Eigentlich fast nur regionales, oder? Das zeichnet die Böltestraße aus. Kleinfälligkeit, kleine Dinge, die dort doch ganz groß rauskommen. Große Projekte, wie der Kampf gegen verschiedenste Großprojekte der Politik, die man sich einfach nicht gefallen lässt. Oder auch einfach kleinere Sachen, wie die Rettung eines Rathauses auf der Böltestraße. All diese Sachen findet man hier in Friedeshagen. Und noch dazu schönes Wetter. Also, willkommen, genießt die Zeit hier in Friedeshagen auf der Böltestraße. Und wir sehen uns morgen spätestens wieder um 12 Uhr der Bühne. Dankeschön, Tobias Apels. Ja, jetzt kommen wir mal ganz kurz, bevor wir gleich die sechs Flaschen öffnen. Die dürfen wir auch nicht schütteln vorher. Das ist nicht Formel 1 drin. Frau Hettner vom Altur Reisecenter hat was mit der Tombola zu tun. Ihr auch, der Ruderclub Iguia. Wer den nicht kennt, das ist hier unten an der Spree. Ein paar Minuten von hier, nicht? Müggesedamm, dann geht es rein in die Spreestraße, glaube ich. Und da befindet sich dieser traditionsreiche Ruderverein. Und in jedem Jahr bei der Tombola wird ja Geld eingenommen, ein Euro. Es gibt auch immer tolle Preise, muss man wirklich sagen. Und eine Tombola auf die Beine zu stellen, das gibt es eigentlich bei gar keinem Straßenfest mehr. Das ist, weil es auch unendlich viel Arbeit macht. Aber hier hat es eine gute Tradition. Und einmal haben wir es nicht gemacht. Da war die Hölle ja los. Da haben alle gefragt, wo sind die Lose? Also wir mussten das einfach wieder machen. Und der Erlös, wie gesagt, war immer für eine Sache, die hier nicht in die weite Welt raus, sondern die hier in der Nähe ist, ob das eine Behindertenwerkstatt ist oder sonst was, oder eine Schule oder ein Seniorenheim. Und diesmal ist es für den Ruder-Club. Ihr wollt ein Boot kaufen. Wir reden mal gleich über den Preis, den es zu gewinnen gibt. Und zwar für die Kinder- und Jugendarbeit. Ja, wir wollen einen Achter kaufen für unseren Kinder- und Jugendsport. Und zwar einen, der entsprechend leicht ist und der auch von den Kindern und Jugendlichen bewegt werden kann. Dieser Achter kostet rund 20.000 Euro. Für diesen Achter sammeln wir schon seit einiger Zeit. Und wir haben auch schon gut die Hälfte zusammen. Das heißt, wir tun eigentlich selber eine ganze Menge. Aber wir haben natürlich ein bisschen Angst bei 20.000 Euro, dass wir das schaffen. Und da würde die Tombola mit ihrem Erlös für uns doch ein gewaltiges Stück helfen und uns unheimlich vorwärts bringen. Vorwärts bringen, deshalb auch, um, wie gesagt, unsere Kinder und Jugendlichen. Wir haben 30, die wir also regelmäßig bei uns Sport treiben lassen, die trainieren, rudern, Regatten fahren, dass wir die also auch weiterhin so unterstützen können, wie wir es gerne möchten. Ich möchte die Gelegenheit benutzen, einmal der Werbegemeinschaft zu danken und insbesondere natürlich den Herrn Apelt, aber auch seiner Helferin, die Frau Menzel, die leider nicht hier vorne steht, aber die mit einem unheimlichen Engagement diese Tombola vorbereitet hat. Frau Menzel, herzlichen Dank dafür. Aber es ist nicht die Organisation alleine, sondern was eine Tombola attraktiv macht, sind natürlich auch die Preise. Und der erste Preis dieses Jahr, der ist eigentlich begeisternd. Die Frau Heppner, die hier neben mir steht vom Reisebüro Altworth, hat sich also unheimlich bemüht. Wir haben einen Preis von, im Wert von 2.400 Euro. Also der nächste Sommer kommt bestimmt. Die Reise in ein Eishotel ist also sicherlich attraktiv. Seien Sie überzeugt, es wird warm. Und Sie können sich dann in dem Eishotel sicherlich, sicherlich entspannen. Es sind weitere attraktive Preise. Kaufen Sie Lose. Die Lose kosten bloß eine Mark, beziehungsweise einen Euro, um bei der Wahrheit zu bleiben. Hat sich inzwischen etwas verändert. Früher kosteten die mal eine Mark. Mit diesem Euro, wie gesagt, unterstützen Sie unseren Kinder- und Jugendsport. Nun habe ich hier ein paar von meinen Sportfreunden mitgebracht, die aktiv am Losverkauf beteiligt sind. Sie sehen, es ist also eine ganze Familie, die sich hier engagiert. Und das ist auch typisch für unseren Ruderverein, dass wir also breit aufgestellt sind. Wir haben Kinder, wir haben Jugendliche und wir haben Senioren. Und alle zusammen unterstützen dieses Achterprojekt. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und ich höre jetzt aufzureden, sonst wird es zu langweilig. Hier ist der Moderator. Nee, 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 wir haben uns alle ganz entspannt zurückgelehnt. War nett. Gut, das war eine tolle Werbung gewesen für diese Sache. Und wir werden das natürlich, wenn unser Ruderfachmann nicht mehr da ist, das ganz oft noch sagen. Und wir wissen ja, immer wenn man die Preise nennt, dann stürmen alle die Losverkäufer. Ihr müsst also auch hier in dem Bereich auf dem Markt oft unterwegs sein. Also wir kriegen das schon hin. Und wir sind gespannt, morgen, um wie viel Uhr machen wir es? Um 17 Uhr werden wir dann hier erstmal die Preisträger nennen. Das wäre schön, wenn sie alle da sind und den Preis entgegennehmen, wenn sie gewonnen haben. Und wir werden natürlich auch wissen, wie viel zusammengekommen ist. Und mal gucken, ob es dann schon für das Boot reicht und ob noch was fehlt. Mal sehen. So, jetzt wollen wir aber auch ganz kurz den Hauptpreis nennen. Und ich darf sagen, dass es zum Beispiel, es gibt eine Herren-Armbanduhr im Wert von 850 Euro. iPad Mini 350 Euro. Dann gibt es Reisegutscheine. Ein Hundebett im Wert von 159 Euro. Wenn man reinpasst, na klar. So, und jetzt wird aber die Fachfrau vom Althursreisecenter uns nochmal erklären, wo geht es ganz genau hin. Wir haben ja gehört, Eis-Hotel. Nicht Reis, Eis-Hotel. Aber wo genau und wie kann man sich das vorstellen? Es ist doch kalt da drin. Es ist nicht kalt im Eis-Hotel. Also runter, bin ich zu leise? Nee, also im Eis-Hotel sind ungefähr so minus 2 Grad bis 0 Grad. Und es geht natürlich nicht im Sommer die Reise, sondern im Eis-Hotel gibt es natürlich nur im Winter. Und es wird in Kiruna sein, in Lappland. Und dazu gehört auch noch eine Rastitour und noch Motor. Wie sagt man Motor? Ich komme jetzt Motor-Schleppentour. Genau, inklusive Flug. Also man schläft direkt auf dem Eisbett, aber da ist schon irgendwie eine Decke dabei wahrscheinlich. Ja, da sind richtig Schlafdecke mit bei und man friert auch überhaupt nicht. Ich habe es schon zweimal ausprobiert. Also das ist wirklich meine Erfahrung. Alles aus Eis, nicht? Das Restaurant aus Eis und sogar die Eiswürfel im Kai Pirinha aus Eis. So, also, besuchen Sie dann die Lappen, heißen die Einwohner dort, ne? Lappen. Ja, in Lappland heißen die Lappen. Samen? In Lappland heißen die Einwohner Samen. Da haben wir was gelernt. Gut, alles klar. Also jetzt kommen wir aber zu dem, worauf auch viele warten. Wir wollen ja nicht nur Informationen darüber bringen, obwohl, da kann man sagen, beim Bötschefest, da haben wir was gelernt. Ja, und dazu gibt es jetzt diesen großen Champagner und der Tobias wird uns gleich nochmal sagen, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, aber wir sagen es nochmal, wir hatten ja viele Jahre immer ein Fass hier, nicht? Vom Bürgerbräu. Nun wird da gar kein Bier mehr gebraut. Da haben wir gesagt, jetzt steigern wir uns. Jetzt werden wir richtig nobel. Wer weiß, was es in zehn Jahren gibt, aber jetzt gibt es erstmal was ganz Feines und von wo kommt denn der? Ja, also wir sind hier immer ein bisschen was Besonderes. Ja, und Fassbieranstich kriegt ja jeder hin und nachdem wir regional keine Brauerei mehr haben, müssen wir natürlich gucken, dass wir immer unsere regionalen Unternehmer unterstützen. Und wir haben ja einen sensationellen Weinladen hier, der Weinladen Manfred Balzer. Und der sponsert seit mittlerweile, glaube ich, drei Jahren. Regina, hilf mir, drei Jahren. Seit vier Jahren sponsert der Herr Balzer immer einen wunderbaren Champagner. Und ja, wir werden die Flasche jetzt mal aufmachen. Der Igel wird mir dabei helfen. Wir werden gucken, dass wir das ohne Dusche hinkriegen. Und dann sind natürlich alle auch eingeladen auf ein bisschen Champagner. Ja, genau in diesem Moment wird es gemacht. Unvergesslich, unser Bürgermeister Ulbricht, der stand hier beim Fassbieranstich und der musste sich da... Nein, nein, unser Vorvorgänger, ne? Das war der Herr Ulbricht gewesen. Und der hat hier ein Fass angestorgen, vielleicht können Sie sich noch erinnern, das ist dann auseinandergeplatzt. Und da musste er sich komplett neu einkleiden hier heute. So, aber das ist heute nicht passiert. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir da ein bisschen was einschenken können. Wir wünschen allen viel Spaß. Kommen Sie nach vorne, holen Sie sich ein Gläschen, stoßen Sie gemeinsam mit uns auf das 23. Fest auf der Bölscher an. Wieder mit über 100 Künstlern auf dieser Bühne und vielen Attraktionen in der Bölschestraße vom Bahnhof bis runter zum Müggelsee. Und heute Abend dann das große Feuerwerk, 22 Uhr, direkt auf dem Müggelsee. Und hier gibt es jetzt Champagner. Wir sagen Dankeschön unserem Bürgermeister, Dankeschön Tobias, danke allen anderen, die jetzt hier waren. Und morgen sind Sie alle eingeladen um 12 Uhr zum traditionellen Talk. Nicht nur mit unserem Bürgermeister, sondern mit weiteren Gästen. Und das Besondere, Sie dürfen dann wieder Fragen stellen zu allen Themen. Und unsere Politiker hier vorne werden dann antworten. Und jetzt machen wir Musik und sagen Prost. Und das 23. Fest auf der Bölscher ist damit eröffnet. Na, an der. Na. Na. Komm mit rein hier. Komm mit rein hier. Komm mit rein hier.